Guten Tag! Dieses Video zeigt, wie Sie Ihre Kursdateien verwalten. Seit der neuen Version der Plattform haben alle Nutzer, Nutzerinnen, einen eigenen Dateibereich, in dem Sie Dateien hochladen und verwalten können. Vorteil, Sie können auf diese Dateien von überall her in der Plattform zugreifen und diese an verschiedenen Stellen in der Plattform wiederverwenden. Eigene Dateien Klicken Sie im linken Bereich im Block Navigation unter Mein Profil auf Eigene Dateien. Es öffnet sich die Verwaltungsseite mit Ihren aktuell vorhandenen Dateien und Verzeichnissen. Um Dateien in Verzeichnissen zu organisieren, erstellen Sie zunächst ein neues Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnis erstellen klicken. Geben Sie den Namen für das Verzeichnis im Dialogfenster ein und klicken Sie auf den Button Verzeichnis erstellen. Klicken Sie auf das Verzeichnis, um es zu öffnen. Jetzt können Sie per Drag & Drop eine oder mehrere Dateien direkt von Ihrem Computer in den Dateibereich ziehen. Die Dateien werden hochgeladen und angezeigt. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu bestätigen. Die Dateien befinden sich nun im neu angelegten Verzeichnis. Falls Drag & Drop nicht funktionieren sollte, klicken Sie alternativ auf den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich der Dateibrowser. Klicken Sie links auf Datei hochladen und dann auf den Button Durchsuchen. Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten. Klicken Sie dann auf den Button Datei hochladen. Die Datei wird hochgeladen und angezeigt. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu bestätigen. Die Datei befindet sich nun im neu angelegten Verzeichnis. Hinweis, bei dieser Methode kann jeweils nur eine Datei hochgeladen werden. Verzeichnisse und Dateien bearbeiten Um ein Verzeichnis zu bearbeiten, klicken Sie auf das Icon rechts unten. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit den Eigenschaften des Verzeichnisses. Im Feld Name kann das Verzeichnis umbenannt werden. Über Pfad kann das Verzeichnis an einen anderen Ort verschoben werden. Durch Klicken auf Aktualisieren werden die Änderungen übernommen. Der Button Löschen löscht das gesamte Verzeichnis nach Rückfrage. Über den Button ZIP kann das Verzeichnis samt Inhalt zu einer ZIP-Datei zusammengefasst werden. Das Verzeichnis bleibt dabei erhalten. Vergessen Sie nicht, auf Änderungen speichern zu klicken, um die Änderungen zu bestätigen. Bei Dateien gelangt man direkt durch Anklicken der Datei zu den Eigenschaften. Wie Verzeichnisse kann auch eine Datei über das Feld Name umbenannt bzw. über das Feld Pfad verschoben werden. Sie können den Namen des Autors, der Autorin ändern und in der Zeile Lizenz wählen die Rechte festlegen. Auch hier gibt es den Button Löschen und durch Klicken auf den Button Herunterladen wird die Datei auf Ihren Computer heruntergeladen. Vergessen Sie nicht, auf Änderungen speichern zu klicken, um die Änderungen zu bestätigen. Durch Klicken auf die Icons rechts oben kann die Ansicht gewechselt werden zwischen Thumbnails, Listenansicht oder Detailliste mit Größe, Datum und Typ. Hinweis! Sie können beliebig viele Verzeichnisse und Unterverzeichnisse sowie beliebig viele Dateien anlegen. Bei Bedarf können Sie den gesamten Inhalt des Dateibereichs Eigene Dateien mit allen Unterverzeichnissen und Dateien in eine ZIP-Datei packen und diese auf Ihren lokalen Computer herunterladen. Klicken Sie dazu auf den Button Alles herunterladen. Um bereits verwendete Dateien wiederzufinden, klicken Sie auf den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich der Dateibrowser. Klicken Sie links auf Letzte Dateien. Es werden die Dateien angezeigt, die Sie zuletzt hochgeladen haben. Auch im Dateibrowser können Sie die Ansicht wechseln zwischen Thumbnails, Listenansicht oder Detailliste mit Größe, Datum und Typ. In der Detailliste sind die Dateien chronologisch sortiert, können aber auch nach Name, Größe oder Typ sortiert werden. Klicken Sie auf eine Datei, es öffnet sich ein Dialogfenster. Im Feld Speichern unter können Sie der Datei bei Bedarf einen neuen Namen geben. Durch Klicken auf Datei auswählen wird die Datei in Ihren eigene Dateienbereich kopiert. Anschließend können Sie die Datei wie bereits beschrieben bearbeiten. Vergessen Sie nicht, auf Änderungen speichern zu klicken, um die Änderungen zu bestätigen. Um Dateien im Kursraum hinzuzufügen, muss der Bearbeitungsmodus eingeschaltet sein. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten einschalten. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Dateien im Kursraum hinzuzufügen. Per Drag & Drop können Sie eine oder mehrere Dateien direkt in den Kursraum ziehen. Es wird automatisch angezeigt, wo das Hinzufügen möglich ist. Über das Arbeitsmaterial Datei klicken Sie auf Material oder Aktivität anlegen, markieren Sie im Auswahlfenster die Checkbox bei Datei und klicken Sie auf den Button hinzufügen. Tragen Sie unter Name die Bezeichnung des Arbeitsmaterials auf der Kursseite ein und geben Sie eine kurze Beschreibung an. Wie bei allen Feldern mit dem blauen Pfeil, können Sie auch hier eine Datei per Drag & Drop hinzufügen. Um eine Datei aus dem eigene Dateienbereich hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich der Dateibrowser. Klicken Sie auf eigene Dateien. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie hinzufügen wollen und klicken Sie darauf. Die wichtigste Einstellung im sich öffnenden Dialogfenster ist die Auswahl, ob eine Kopie der Datei oder ob eine Verknüpfung zur Datei angelegt wird. Eine Verknüpfung hat vor allem dann Vorteile, wenn Sie eine Datei in mehreren Kursen zur Verfügung stellen wollen und diese später aktualisiert wird. In diesem Fall muss die Datei nur am ursprünglichen Ort erneuert werden. Da die Verknüpfung auf diese Datei zeigt, findet sich dann automatisch in allen Kursen die aktualisierte Datei. Klicken Sie anschließend auf Datei auswählen. Bei einer verknüpften Datei wird links unten ein kleiner blauer Pfeil angezeigt. Wird auf eine verknüpfte Datei geklickt, kann in den Einstellungen gesehen werden, mit welcher Originaldatei sie verknüpft ist. Analog dazu werden bei Originaldateien die Verknüpfungen mit einem Kettensymbol rechts unten angezeigt. Ein Tipp! Wählen Sie bei einer PDF-Datei unter Optionen, Anzeigen, Download erzwingen aus, damit die Datei auch wirklich heruntergeladen und nicht im Browser angezeigt wird. Klicken Sie abschließend auf Speichern und zum Kurs. Die Datei wird nun als Arbeitsmaterial angezeigt. Wenn Sie eine größere Anzahl von Dateien in Ihrem Kurs bereitstellen möchten, legen Sie dafür ein Verzeichnis an. Klicken Sie auf Material oder Aktivität anlegen, markieren Sie im Auswahlfenster die Checkbox bei Verzeichnis und klicken Sie auf den Button Hinzufügen. Tragen Sie unter Name die Bezeichnung des Verzeichnisses auf der Kursseite ein und geben Sie eine kurze Beschreibung an. Strukturieren Sie alles übersichtlich in Unterverzeichnissen und laden Sie die Dateien per Drag & Drop in das jeweilige Verzeichnis. Klicken Sie abschließend auf Speichern und zum Kurs. Das Verzeichnis wird nun im Kursraum angezeigt. Ein Klick darauf öffnet das Verzeichnis mit seinen Unterverzeichnissen. Andere Lehrer, Lehrerinnen im Kurs können das Verzeichnis und dessen Inhalte bearbeiten. Teilnehmer, Teilnehmerinnen können die Dateien nur sehen und herunterladen. Ein ZIP-Archiv im Verzeichnis entpacken. Sie können auch mehrere Dateien als gepacktes ZIP-Archiv hochladen, per Drag & Drop oder mit dem Button Datei hinzufügen und im Verzeichnis entpacken. Auch eine Struktur mit Unterverzeichnissen bleibt beim Übertragen in ein Verzeichnis erhalten. Ein Tipp. Sie können ein ZIP-Archiv per Drag & Drop auch direkt in den Kursraum ziehen. Wählen Sie im Dialogfenster aus, dass die Dateien entpackt und Verzeichnisse angelegt werden sollen. Klicken Sie dann auf Hochladen. Es wird automatisch ein neues Verzeichnis mit der Struktur der Unterverzeichnisse angelegt. Viel Spaß beim Dateien verwalten! Vielen Dank. Vielen Dank.